Ja, liebe Facebook-Freunde, liebe Carthago und Mariencaravaning-Freunde, der erste Messetag hier in Aachen geht so langsam am Ende zu. Man sieht, die Sonne wirft schon sehr lange Schatten, aber hier ist die Messe noch lange nicht gelesen. Unser Freund und Verkaufsexperte Peter Feige, den wir hier für das Mariencaravaning-Team haben gewinnen können, macht hier Live-Musik. Das gesamte Verkaufsteam sitzt hier noch, wir lassen den Abend schön gemütlich ausklingen bei einem Glas Bier und einem gepflegten Steak und wir freuen uns auf morgen. Morgen früh um 11 Uhr werden die Tore hier wieder geöffnet und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen hier wiedersehen können und wir morgen weitere, viele interessante Gespräche führen könnten. Und mit den letzten Strophen hier von Peter hatte ich das Video jetzt ganz einfach ausklingen. Also, viel Spaß! Also, wir sehen uns. Wir haben Spaß. Wir sind bereit für euch. Bis morgen. Ciao.